Wo ist das? Der Poisson ist der zweite. Das ist so gut. Das ist so gut. Das ist so gut. Das ist so gut. Wir kennen alle. Das ist so gut. Wie schön. Wie schön. Wie schön. Wie schön. Wie schön. Wie schön. Wenn ich eine Runde betont habe. Die haben wir fest. Die haben wir fest. Wie schön. Komm mal rein. Es geht gut. Wenn ich sie nicht einfach machen, das ist du. Ach, ich habe es getan. Ich muss die Kinder essen. Oh Maximilien, hier nehmt. Schmien wir aber noch. Ja ja ja. Alles ist nicht in England. Ja, ich hab es zu essen. Men ja, ich hab es da! Ah, das ist mein Cousin Olivier, das. Wir haben die gleichen Studien, aber wir haben nicht gesagt. Aber wenn wir kommen... ... und wir sind jetzt hier. Wir wollen es probieren mit Papi. Hast du Papi das Nacht? Ja, Papi. Papi ist der größte Kind. Ja, die anderen sind moche. Ja, Schuppi. Papi ist nicht Tok-Tok heute. Papi ist Tok-Tok heute? Nein, Papi ist nicht Tok-Tok. Papi ist sehr viel mit dem Mäben. Ja, Schuppi, Papi hat mir die Lümer. Ja, Schuppi, Papi hat mir die Lümer. Das macht nur mit dem Oeufs. Das ist nicht so, wenn man dort kommt. Papi ist nicht so. Das ist die kleine Churon, die wir haben, die wir haben. Das ist die kleine Churon, die wir haben. Wir haben viele Sachen gemacht. Das ist die kleine Churon. Es gibt keine Churon in unserer Schule. Das ist so. Die Leute, die sagen nicht so, sie wissen keine. Das ist klar. Der Richterklon ist, könnte man sich nicht zuerst der Frau. Es ist ein super Perlger. Ein super Perlger. Nein, nicht zuerst. Er hat uns zu hören. Ja, das ist das. Er hat gesagt, er will nicht eine Frau, sondern eine Frau, oder eine Frau. Wenn es das liefst, dann will er nicht mehr. Ich weiß nicht, dass die Eglise d'Op-Dof ist. Sie ist schön, die Eglise d'Op-Dof ist. Hier ist die Eglise d'Op-Dof nicht. Aber es ist schön, zu sehen. Und hier ist die Eglise protestante. Ich weiß nicht, dass sie sich auf die Eglise d'Op-Dof ist. Sie hat sich auf die Eglise d'Op-Dof. Insofern ist die Eglise dOp-Dof. Ich weiß nicht, dass sie zu sehen ist. Also ist die Eglise dOp-Dof in eine Eglise dOp-Dof.